Hallo Freunde, na, wie geht's euch und was macht ihr denn gerade? Hallo Christoph, da ist alles in Ordnung. Was machst du hier, weil du nicht zu deinem Onkel? Ja, ja, ich fahr ja auch gleich weiter. Aller vorn muss ich euch mein neues Fahrrad zeigen, das habe ich von meinen Eltern geschenkt bekommen. Ja, ich werde dann mal los machen. Hier, stell, Dings da. Oh ne, kann ich nicht drücken. Hey. Hallo? Hallo? Ja, wir filmen gerade. Guck mal, das sieht aus wie Christoph sein Fahrrad. Was, echt? Ja, ich kann es auch erkennen. Habt ihr schon ein Foto gemacht? Kann man den nicht erkennen? Na kommt, los, wir gehen. Das ist nicht mehr. Guck mal, das sieht aus wie Christoph sein Auto. Was? Na kommt, wir gehen. Ja, wir haben den Mutfotos gemacht. Guck mal, das sieht aus wie Christoph das Auto. Hast du jetzt schon? Ja, ich kann es auch erkennen. Kommt, lasst uns mal die Fotos von unseren letzten Fotos auf den Laptop laden. Ja. Habt ihr alle eure Kameras mit? Ja, klar. Ja, aber wo ist denn auch noch ein Foto? Hier Leute, kommt ja. Ich hab mein Laptop schon offen. Na dann los. Dann los. Warte, warte, warte. Kappe! Ja, die haben wir dann selber. Und wenn dann sie spüren hast. Ich hab jetzt gehofft, sag jetzt, wenn dann nutzt sie nicht. Okay, dann ist das schlimm, dann ist das schlimm. Machen wir nochmal. Ja, herein. Ich möchte kurz schwören. Seid ihr euch verziehen? Ich möchte nicht. Ja, okay. Soll ich kurz hin? Ja. Ja, herein. Ich möchte mich kurz stören. Seid ihr euch kurz hin? Ja. Ja, herein. Könnt ihr mich kurz stören? Ja, okay. Komm, Erik. Tut zu. Okay, Jungs. Was kann ich für euch tun? Was für ein Problem habt ihr denn, Jungs? Wenn ich wirklich ändern? Warte schon mal beim Rad drauf fragen, in der Fundgrube, ob da vielleicht das Fahrrad gefunden wurde? Nö. Dankeschön. Sie meinten. Sie meinten doch vor uns nicht vor ein Krugel, sondern ein Fundbüro, oder? Genau. Fundbüro meinten. Das war echt cool. Lass uns in... Lass uns in... In das Fundbüro bringen, okay? Das war echt cool. Ja. 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 So viel. Wie ist das? Der ist fällig. Das war echt cool. Hallo. Hallo, Stine. Ich bin auch so nicht vorgegangen. Warst du? Hallo. Hallo, Stine. Hallo, Stine. Ist das so wieder? Biss! Tschüss, Alter! Tschüss, Alter! Tschüss, Alter! Guck an! Guck an! Guck an! Eben ist ein Fluch von der Fluch! Eben, noch im Wasser! Guck an! Guck an! Hi! Hi! Ja, das ist so ein acompaas! Davor war es so, was mir gesetzt!